Ich würde jeder Frau raten, das zu machen, weil ich glaube einfach, es ist auch eine Chance. Mich hat es einfach total beruhigt und man hat irgendwie auch das gute Gefühl, dass man für sich sorgt. Die Mammografie habe ich sicherlich das erste Mal bewusst wahrgenommen in Verbindung mit meinem Frauenarzt, der mich also auch darauf hingewiesen hat, dass es die Möglichkeit gibt und dass man diese Vorsorge schon nutzen soll. Als ich 50 geworden bin, ich glaube, das war sogar noch in derselben Woche, habe ich dann ein Schreiben bekommen. Mit einer Einladung zum Mammografie-Screening. Man geht bei der ersten Untersuchung sicherlich mit einem unguten Gefühl, möchte ich einfach sagen, dahin. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich in dem Moment auch wissen, bin ich frei von Brustkrebs? Das ist ja nun mal letztendlich das Ausschlaggebende. Ich wurde dann relativ schnell in diesen Untersuchungsraum gebeten. Da stand halt eine riesige Maschine drin. Man hat sich obenrum eben freimachen müssen. Bei einem Röntgengerät, die kalten Platten, das ist halt alles nicht in dem Sinne, was ganz angenehm ist. Aber ich finde, wenn ich das also vergleiche mit meinem Zahnarzt, dann gehe ich lieber zur Mammografie. Ich glaube, ein oder zwei Wochen später kam dann ein Schreiben. In dem Schreiben stand dann drin, dass wohl irgendwas gesehen wurde, was man noch genauer untersuchen wollte. Angst oder so hat es mir nicht gemacht. Es war eigentlich ganz nett umschrieben, dass eben sicherheitshalber noch nachgeschaut werden müsste. Bei der zweiten Untersuchung war dann auch ein Arzt vor Ort. Der konnte mir sofort sagen, das wäre was total harmloses, was die da gesehen hätten. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Ich würde jeder Frau raten, das zu machen, weil ich glaube einfach, es ist auch eine Chance, den Brustkrebs früh genug zu entdecken. Und ich weiß nicht, ob ich darauf verzichten wollte. Das ist ja echt wichtig. Mich hat es einfach total beruhigt. Und man hat irgendwie auch das gute Gefühl, dass man für sich sorgt. Heute ist das natürlich ganz anders, weil es für mich schon eine gewisse Routine hat. Und von daher gehe ich heute eigentlich entspannt hin und eigentlich auch sehr entspannt wieder raus.